Esther Tepper ist da. Esther Tepper ist hierbange, beiratet von Kindern und berät Frauen. Und sie hat uns was zu sagen über das Schmerzempfinden von Millionen, von kleinen Kindern, von kleinen Menschen. Diese Schmerzempfindung, bei Menschen, Mutter allein. Schon 1991 ist der wissenschaftliche Beirat der Bundesärztekammer, weil sich ein dickes Schmerzempfinden, ab der achten Schwangerschaftsformen festgestellt und Maßnahmen zur Schmerzempfindung empfunden. Viele wissen das, haben das bisher nicht eingeschränkt, dass das Nervensystem ab der achten Schwangerschaftsformen recht weit entwickelt ist und schmerzweig zu empfunden werden kann. Und dass man in Kraft rein sagt, dass wahrscheinlich die Erfältigkeit der Menschen, die Mutterleid oder Sterne ist einfach erwachsen. Dieses wird heute bei einer Abtreibung nicht berücksichtigt. Und ich möchte Ihnen das heute einfach mitgeben. Fragen Sie die Menschen, die dagegen. Wissen Sie, Lassasser, der achten Schwangerschaftsformen schon sterben, dass sie dort erwachsen sind? Fragen Sie Ihre Gynäkologen, ob Sie eine eines der Däffekte gegen die Schmerzen für die Embryonen einleiten. Damit das Bewusstsein wächst, dass es sich um einen Menschen handelt. Uns geht es dabei nicht um einen weiteren Tod, sondern darum, das Leiden meines Menschen ins Bewusstsein zu schließen. Auf jeden Fall. Vielen Dank für die Gynäkologen. Vielen Dank für die Gynäkologen. Es ist sehr glücklich, dass wir noch heute gemacht haben, immer wieder ins Bewusstsein. Vielen Dank für die Gynäkologen.